geht wieder los ja herzlich willkommen zurück bei kürzel 1 in den gleichen vier wie immer er verspinde ist dran was ich muss wieder reinkommen ich bin rausgelaufen also hier bleibt ruhig hier ausgelaufen weiß ich auch nicht warum das gemacht haben wir wollen es mal versuchen ich schmeiß mal an ja und zwar haben wir jetzt ein paar mehr megaterien noch dabei der wurde war so fleißig und hat uns noch ein paar spinnenkiller gezüchtet wo ist eine jute eigentlich muss doch wieder hier auf dem jutein da wo nur megaterien ersche nicht nur megaterien ersche sehe so lassen wir gucken ob wir das hinkriegen wo ist er schon ich bin ich auch ich sitze auch ich sitze auf dem rex schütze auf irgendwas drauf wow ja fünf mal neuner zwei ich sehe den judy nicht ja ja ich glaube nie absteigen warte mal ich zieh mich mal zurück wir brauchen den baff jetzt geht's in der hose ich versuche mal abzusteigen das wird mein tod sein musst du drüber springen ich habe ein rex erwischt scheiße wie bin ich denn ja ich kann nicht noch mal absteigen dann sterbe ich ich bin schon half live weil ich mal eine sekunde runter bin ich kann es probieren aber ich weiß nicht ich habe in den raum gekommen das war gleich tot der judy glaube ich ja ich versuch's ja ich bin tot ja der judy auch alter aber das ist natürlich jetzt super optimal ja ach Leute der war kacke naja was willst du machen auf dem judy versucht es so whatsapp hälfte haben wir schon oh es haben wir noch respawn zufälliger ort gemacht das ist ja spannend oder ja ist die frage ob du auch die techsachen freigestellt ja wahrscheinlich nicht warte wo bin ich denn hier gelandet nicht gerade um die ecke drittel hat sie noch sollten wir hinkriegen wir haben noch kein tier verloren außer den judy und den floki aber hier sind einige rechse schon menschen angeschlagen ja das stimmt wohl ja sechs ist äh ganz schön rot mittlerweile ja ja da ist er auch weg die megaterien halten ganz gut durch ja ausgerechnet die rechse brauchen wir ja gleich alle noch am besten ja eigentlich schon ja ja hast nochmal eins weg und 5 und 2 oh jetzt geht es aber los hier ja ja meiner ist jetzt halt frei kantiger kantiger auch weg ich habe auch meinen spaß hier ich sehe ich sehe ich sehe ja habt ihr sie super ok warum stehe ich denn jetzt hier oben drauf hier fest harald blauzahnarzt 74 wie heißen das element 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 ja das ist gut also mit der spinne da packst du immer dran fest ja so in der spinne ist auch nichts mehr drin ich habe schon rausgenommen ich habe schon gesichert in der tasche aber die megaterien haben alle überlebt ne ja und der eine ist ein bisschen angekratzt aber sonst sehen die noch alle top aus also die haben echt gute arbeit geleistet das problem ist wenn uns die rechse nur für den affen ja ja also mein rechse ist jetzt noch mit 10 von 30 also der hat auch ganz schön gelitten das war erfolgreich aber nicht geplant suboptimal meinst du ziemlich suboptimal ich denke mal mit dem buff hätten wahrscheinlich auch die rechse überlebt wahrscheinlich ja klar eben haben wir von aus ja gut zwei jäger stehen hier noch 3 und 9 und dann haben wir noch jäger 4 7 und m aber die 7 die uns drauf gegangen sind fehlen natürlich jetzt 7 sieben stück sind drauf gegangen naja alle die wir mitgenommen außer nähe 6 der ist noch da ist noch da 6 und drauf gegangen war nochmal 6 eier schnell nachlegen oder ne eher noch mehr ne weil bei dem affen brauchen wir jetzt weiß nicht ob wir da die megaterien dann bräuchte wahrscheinlich ja oh das ist der eine ist fast drauf gegangen das ist eine megaterien ja das sieht ganz schön geruppt aus hat nur noch 1,5 ist die eule hier? ja 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 ein kleiner fehler dann geht's in die hose das stimmt wohl ja achso hast du willst du mal gucken ob die tech sachen hast wahrscheinlich gekriegt ne 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 natürlich nicht ich weiß jetzt auch gar nicht was neu dazugekommen ist ich kann mal gucken was jetzt freigeschaltet wurde ich glaub tech helm ist neu dazugekommen ne der war vorher nicht da tech helm tech hose tech stiefel tech geschützturm tech generator tech fenster da bin ich aber schwer dran zu schlucken gerade müssen wir sie nochmal machen gleich ok hm ja hab da irgendwas geladen äh gespeichert eigentlich wollten wir den affen ja gleich nochmal hinterher hängen aber da brauchen wir erst noch ein paar wechsel wahrscheinlich für und juti und juti 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 können wir ja in irgendeine schrottbox nehmen auch eigentlich ist ja egal anfolgen reicht's ne ja ich kann mich auch irgendwie so auf so ein ich weiß auch nicht was ich vermấc getroffen ich war da rein die scheiß wechsel er steckt der tuk näher rangeht nicht direkt gekommen ich kann hier nicht hinlaufen ansonsten sie doch die ja mal den overlord weg machen jetzt habe ich eh keine haken mehr und von daher ja dann hol ich mal haken ja ganz toll dass du dich mal wieder rauskommt da sind wir wieder zurück nach der schmachvollen niederlage die ich anstecken müsste ich bin versuchen wir es jetzt noch mal können wir anschmeißen ich sehe die plattform nicht noch mehr ich kann den an den alpha affen ja ja kann ich nicht anschmeißen ach kein level da müsste ich wohl mal irgendwie ich sage wer bist du denn das zu reichen ja ja 85 naja war das 91 oder so kann jetzt auf die dings nicht zugreifen weil ich immer den nachfolgenden sendungen musste ich ein bisschen runter mit dem kopf runter ein bisschen weit sehr weit runter dann geht es also ich kann zugreifen ohne probleme ich kann ihn nicht aktivieren mein level ist zu niedrig ob ich mich auf diesen rex eventuell schwingen kann also ich sitze auf dem jutty und das jutty steckt zur hälfte im rex na probier mal ein bisschen rum die gibt bestimmt irgendwie warte jetzt sitze ich auf dem rex jetzt also bist du drin ja so warte ich muss mich noch ich sitze hier auf dem richtigen ich sitze irgendwo drauf ich hab keine ahnung ich hoffe wir nehmen alles mit ja ich sitze auf dem jutty aber ich hoffe nein ich sitze auf dem falschen ach so noch 20 sekunden ja ich bin da jetzt du setzt mich auf dem jutty ja wir locken ihn wieder an wahrscheinlich ja ja da können wir uns ja ein bisschen sortieren vielleicht wir haben wir wahrscheinlich noch nötig wir haben nur 20 minuten was da geht es schwer los jetzt bin ich auch noch runtergefallen von meinem sex ja ne ich bin auch runter ich bin auch gar nicht mitgekommen ich auch nicht oh dann bin ich hier alleine das ist aber nicht so schön wir waren zu viel ich glaube wir waren zu viel aber geht doch gar nicht selbst mit 10 überlegen wenn die Tiere hier bleiben müssen wahrscheinlich können auch die Leute mitkommen die das Level haben ja richtig dann bleib ich mal still hier sitzen oder was hoffe dass er nicht kommt du musst so hart es auch klingt du musst ihn besiegen um mit allen Tieren wieder zurück zu kommen ja wenn du nämlich nachts 25 Minuten nichts gemacht hast und stirbst und der Affo nicht tot ist dann ist alles weg erneut alles weg für nichts Geil Leute hier läuft es wie Schmitz Ganze kannst du den Juti kannst du doch auf Autoermutigen stellen hast du noch ein paar Sekunden der kommt ja nicht gleich ne aber berichte mal was du da so machst alter geil ja alles klar komm nicht mal an den Juti ran ach ja herrlich lass dir Zeit smidi baust du uns mal drei Stühle wir setzen uns hier mal hin und warten ob ihr gleich was zurück kommt ja warte ich lauf mal kurz los was brauch ich denn für ein paar Stühlchen so Holz aber hier so keins oh ich hol schnell Holz ich hab noch Megatherien hier stehen die Eule ist auch da da kannst du doch schnell einmal um die Ecke fliegen richtig oh dann hier die Stühle warte mal ich glaub hab ich die sogar gelernt wahrscheinlich ah ne da sind sie 30 Holz für einen also das geht ja tja was machen wir denn mach mir mal ein bisschen Ordnung ich sammle mal die ganze Kacke ein da liegen noch ein paar Eier rum die können wir uns mal aufschlagen Bratpfanne Lagerfeuer auch noch machen oder was neben dem Stühl ja wir machen uns hier ein kleines BBQ ja das hört sich gut an Weide du musst aber immer schön Berichte durchgeben ne ja ich versuch hier immer noch irgendwie ich kann nicht mal pfeifen greifen dieses Ziel an warum nicht greifen mein Ziel an ja ich steh dir nur greifen dieses Ziel an ok t einfach t also t gedrückt halten t gedrückt halten dann so jetzt greift der Affe an und ich versuch mal hier mit dem Juti äh anzufeuern ja womit mach ich denn das ähm eigentlich ist es c also der der dritte Angriff sozusagen mach ich mal hast du das Schwein auf Auto heilen ne das hatte ich nicht also wer steppt jetzt hier wechsel kämpfen ja Schwein kämpft mit Schwein kämpft mit das ist jetzt neuer dann brauchen wir einen neuen Dr. Eber ja ich vermute wir brauchen alles neu wir brauchen neue Schweine das kommt noch dazu wahrscheinlich sehr geil habt ihr da dran gut dass wir alle nicht dran gedacht haben ja sehr schön ich dachte immer wann der Noah ist jetzt hier auf einmal ohne Rex aber so den Affen haben sie jetzt bis zur Hälfte immerhin schon runter aber ein Rex ist da geblieben ne sie waren doch einer zu viel ok ne das war der den hatten wir sowieso hier draußen gelassen ach so ok das sah er jetzt gerade von der blaue ja der M1 hatten wir draußen gelassen ja genau war hier noch kräftig die sind alle kräftig am beißen das ist doch gut ich hab noch keiner drauf gegangen zu sein keine Todesmeldung hier gehört nicht dass du dich daran gewöhnt dass du jetzt nur noch Solo-Games machst so jetzt hat er nur noch naja so ein Fünftel also das wird was sehr gut beeil dich mit deinen Stühlen so es geht weiter runter es leben noch alle ich glaub noch nicht mal das Schwein ist äh aufgegangen die Meldung gab es noch nicht so es geht dem Ende zu so Stühle sind da wir können uns hinsetzen sehr gut kannst du noch kleines Lagerfeuer dahin Friede ne dafür hab ich jetzt nichts mehr da das war's Steine hätt ich naja jetzt ist es zu schwer jetzt brauchen wir kein Lagerfeuer mehr hauptsache die Stühle sind noch rechtzeitig da ich sterbe gleich was fällt hier ja wenn es das war dann bist du ja in einer Minute da hör doch schnell Lagerfeuer an nimm das Dings mit naja das wird ja wohl ein Rex drin haben ja ich weiß nicht ob ich noch eine Minute habe ehrlich? ne nicht mal mehr eine halbe Minute ist schnell was ja ja hab ich schon ist mehr du darfst nicht sterben das ist alles umsonst gewesen ich bin tot ne ja alter wie geil dein Herz ja der Affe hatte mich am Anfang einmal erwischt da hatte ich schon nicht mehr so viel Leben ha also unsere Rexe sind alle wieder da oh Gott sei Dank gelernt hatte ich die einen Gramme ja auch aber irgendwie ah jetzt ja gut jetzt bin ich in der Base wieder gekommen oh boah da hast du gut gemacht das ist ja schön hat zwar keiner gesehen aber unter Einsatz seines Lebens die Rexe sind auch alle wieder da hauptsache Rexe sind alle wieder heile noch muss man mal benutzen falls wir jemals Level 85 werden ja oh ich kann jetzt aber nicht hier meine Leiche wieder holen ja weil jetzt die Arena ist zu aha na gut unter Einsatz meines Lebens und den ganzen Sachen die ich dabei hatte hast du das Element denn in der Tasche oder hast du das nein nein das muss irgendein ich hatte den Affen der hat es nicht im Inventar gehabt ok dann kann ich irgendwer haben fangen wir mal hier außen an die alle außen sonderzufrieden oh 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 immer direkt zum Inventar der hat nix also die letzten beiden Bosskämpfe das war mir ja schon wieder eine Ehre ja ja was ist denn hier los ey mit euch hier zusammen zu spielen das war auf höchstem Niveau das war vor allen Dingen der letzte war jetzt hier eigentlich der war der Knaller das stimmt ich habe kein bisschen Leben verloren he nö ne mir ging es auch gut war auch sehr chillig diesmal war nicht so kalt die kann man ganz gut hier von der Seite abschälen Gott sei Dank oh bei der hier eben der war schon der Festgedank muss ich erstmal wechseln ne der hat nix drin wir haben eine Hälfte Leben hin und wieder haben sie verloren also aber alles gut ist ok also bis auf Weider hat es keine größere Opfer gegeben ne das passt damit können wir leben oh da ist der Schreihals noch eine oh das war der auch drauf ja ne aber ein Affenkiller 12 ausgerechnet Nummer 12 da gab es einen auf die 12 so und äh ah jetzt wandelt ihr dem Bosskampf so joo ich fand ihn sehr interessant auf jeden Fall spannend ja das beste ist ja bei der Spinne war ja auch nur 5 Sekunden mit dabei du hast heute noch äh du musst doch was nachholen ja irgendwie ja ne alleine ne ist ja klar ja gut beim letzten bin ich ja nicht so da würde ich ja mitmachen der hier kriege ich hier im Leben nicht mehr raus was mit der hier um hier dein Overload steckt ein bisschen drin ja warte mal da hab ich rausgekriegt ich glaub mal das Megatier ja weil ich das Megatier rum da vorne rausgekoppelt hab auf die man drauf hing wo ist er denn wo ist er denn wo ist er denn war da angekommen der Affe mit Zwinger aha ja guck mal Affenkiller hier haben wir gesessen und da in einer Radiomoderation gelauscht warte ich glaub hier naja zumindest hat's alles weiter von den Tieren überlebt hier das ist die Hauptsache so jetzt direkt die Drachenweide fühlst du dich? wie fühlst du dich? ich bin noch nicht Level 100 naja aber der andere Drache naja aber der andere Drache naja aber der andere Drache der Schweine hat's ja richtig gut überlebt hier gibt's ja nicht ja Beta können wir auch mit 75 ist der Beta ich hab hier grade sauber gemacht ne ist alles ja voll gekannt ach der Beta Drache ja den können wir alle ich befürchte nur da würden unsere Rechte nicht für reichen zack gehen wir aber sowas von über den Jordan naja naja vielleicht machen wir erstmal ein kleines Päuschen da bin ich glaub ich auch dafür erstmal wieder auch ein bisschen heile heile Gänzchen machen wir müssen doch erstmal alle auf die Level kommen wir wollten noch ein bisschen Tech bauen extra und das wird wohl nix doch na gut weiter kannst du bauen das ist ja schon mal was ja naja so die Welt ich hab jetzt nicht drauf geachtet was es gab keine Ahnung kann ich jetzt gar nicht sagen aber ein bisschen was wirst du ja haben da guck mal nochmal ich würd sagen wir erholen uns erstmal von dem harten Bosskampf jetzt in der Hunde hier naja das stimmt das ist ne gute Idee hier erstmal das ist wohl wahr du das war schon sehr anstrengend also die Folge du da hab ich aber mehr als nur ins Klo gegriffen ja Leute es wird auch wieder besser werden ne hoff ich bei welchem Level war denn der Alpha Affe 90 ne 85 85 also ja ich glaub wir level noch ein bisschen ne ja wir bleiben ja keine andere Wahl ne wenn wir nochmal zum Alpha Affen wollen müssten wir das wohl tun also er weist er weist uns oder mir die Gnade und lass den Daumen da wenn's euch gefallen hat dem schließe ich mich nur an aber ich war einfach eben beim ersten Bosskampf dabei ja das stimmt also bis zum nächsten Mal Hart obwohl gesehen hab ich dich nicht äh doch ich stand hinter der Spinne klasse macht es gut ciao tschau bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal tschau